ja hallo und herzlich willkommen und zwar bei funflug lp und zwar gibt es ab ab sofort heute wir haben heute den 5.2.2012 und zwar möchte ich ab heute was bringen das gibt eine reihe von programmen die ich euch mal vorstelle und zwar werdet ihr euch mal vorstellen freewareprogramme die man immer gut gebrauchen kann also freewareprogramme die nichts kosten und die halt ja die man halt gut nutzen kann ich habe schon öfters problem gehabt mit linux dass ich ja wenn ich einen linux insiedeln möchte möchte halt eine cd brennen muss deswegen habe ich ein programm gesucht mit der freeware ist wo man sich einen schönen usb stick zurecht machen kann das programm nennt sich unit booting kennt vielleicht schon ein paar von euch bin mir nicht ganz sicher wer das nicht kennt kennt es ab dem video dann dieses unit boot ist auf immer freeware gibt es für verschiedene betriebssysteme wie man sieht windows linux mac os ist früher wie gesagt einfach für eure betriebssystems runtergeladen das runtergeladen hat einfach mal gestartet unit boot windows und schon kann man sich oben bei distribution sich ausfüllen was man gerne haben möchte ich nehme jetzt mal als beispiel debian da kann man sich rechts aussuchen stapeln net install harley media je nachdem was man haben will kann man sich rechts aussuchen und dann unten entweder ein abbild erstellen als iso oder man wählt sich das laufwerk aus ich habe kein laufwerk drinnen wenn man es alles hat macht man auf ok also auf die in distribution muss man es oben klicken und auf abbild kann man sich halt selber eins aussuchen windows zum beispiel windows geht glaube ich nicht ich habe das schon mal versucht aber es ging irgendwie nicht ganz entweder nicht zu doof dafür oder gut ich brauche dasselbe ja nicht ich nehme mir meistens für linux halt das wenn die mal was ich drweb andere videos zum beispiel brauche so haben wir über disposition wird oben angewählt dann rechts was man gerne haben möchte weil die version und das laufwerk anwählen usb laufwerk ist das jetzt im moment drin und dann halt jeweils das laufwerk wenn man aber auf ok drückt dann wird auf den usb sich das installiert ja das wärs auch schon von dem kleinen tutorial ist nix großer dies auf jeden fall aber eine kleine vorstellung von dem programm ist komplett freeware es kostet nix und nach meiner meinung kann man da viel mit mangeln sieht man hier debian ubuntu opensuse damit small linux und so weiter es gibt dafür immer sehr sehr viele sachen was man machen kann beste sache zum beispiel parted magic kann man gebrauchen um halt partitionen zu stellen von seinen festplatten oder drweb virus wenn man halt ein virus drauf hat kann man damit das absuchen oder halt wenn man eine andere linux haben in der regel geht das auch sofort man kann es auf den usb stick installieren und kann es dann zum laufen bringen das wäre soweit von dem video gewesen von einem kleinen vorstellen von dem freeware programm unit booting ich hoffe es hat das gefallen macht mir einen daumen hoch wenn ich das gefallen hat und dann sehen wir uns beim nächsten tutorial euer feindvlog.lp bis zum nächsten bye bye